S.T.A. Sagst du lebwohl? Ich sage hallo. Glaubst du deine Frau kann dich hören? Nein. Wieso tust du es dann? Vielleicht irre ich mich. Du wirst sterben. Vielleicht auch nicht. Ein neuer Tag bricht an. Neue Ideen. Neue Regeln. Neues Management. Wer ist das? Der Marquis de Gramont. Fordere ihn zum Zweikampf heraus. Gewinne oder verliere, es ist dein Ausweg. Ich sitze nicht an der hohen Kammer. Aber deine Familie. Bei der Hochzeit sollte ein Mann gut aussehen. Und bei seiner Beerdigung. Ich brauche eine Waffe. Waffe. Wenn sie gewinnen, wird die hohe Kammer Wort halten. Dann sind sie frei. Nach den alten Gesetzen kann nur einer überleben. Wer nicht bei Sonnenaufgang erscheint, wird exekutiert. Letzte Worte, Winston? Hab einfach Spaß da draußen. Ich will, dass du deine Frieden findest. Aber einen guten Tod gibt es nur für ein gutes Leben. Unser gutes Leben ist schon lange Vergangenheit, mein Freund. Du bist so lange. Aber der neuer Jugend ist schon lange. Sehr gut. Das war's wichtig. Du bist so các Geist.